so ein wunderschön guten morgen die reise ist jetzt zu ende ich würde mich freuen über eure kommentare über eure likes und vielleicht so sachen was hat euch gefallen an der reise habt ihr geguckt habt ihr geschaut was kann man besser machen was nicht ich würde mich über eure kommentare und likes freuen jetzt muss ich mich erstmal erholen dankeschön dass mir zugeschaut